Fotoshooting der HCL-Damen. Am Dienstag fand im Untergeschoss eines Leipziger Kaufhauses das traditionelle Fotoshooting der Sportlerinnen des Handballclub Leipzig statt. Die Besonderheit, erstmals wurden die Aufnahmen für die Autogrammkarten und das Teamposter in der Öffentlichkeit durchgeführt. Doch bevor die Kamera die modischen Outfits der Spielerinnen festhalten konnte, wurde erst einmal gestylt, geschminkt und frisiert. Das ist eine gute Abwechslung zum Trainingsalltag und ja, welche Frau hat das natürlich nicht gerne hier herzukommen, gestylt zu werden, geschminkt zu werden und dann natürlich ein professionelles Shooting zu haben. Das ist ein tolles Erlebnis. Schon das zehnte Jahr in Folge treten die Mädels des Handballclubs Leipzig dabei vor die Kamera und ins Rampenlicht. Noch an diesem Abend geht es dann aber aufs Feld. Ab 18.30 Uhr steht in der kleinen Arena die Begegnung mit der deutschen Juniorinnen-Nationalmannschaft an. Der Eintritt ist frei.